Eben waren wir noch in Italien, da hinten an einem Stand und das hier ist Scott DeLala. DeLala ist ein wunderbarer süditalienischer Name, der Mann selbst ist aber aus den USA, aus den Staaten und er ist heute ihr Ehrengast von unserer grauen Eminenz hier neben mir. Das ist tatsächlich der Lutz, das ist der Mann, der hier alles gestartet hat mit der Sideshow. Aber der Scott, der war noch ein Stückchen früher, der hat den Film Chopper Town gemacht. Er ist der Direktor zusammen mit Scott Hoffman von Chopper Town. Er ist der Kameramann von dem Firmen, der ist heute hier zum 10-Jährigen hier eingeladen als Ehrengast. Scott, wir sind sehr stolz, dass du hier bist und als Gast. Was denkst du über dieses Sideshow, dieses Chopper Town? Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich habe es seit 10 Jahren gesehen. Ich habe Bilder auf dem Internet gesehen und Lutz erzählt mir über das. Und ich bin sehr froh, eigentlich, zu sein, dass ich hier bin. Lutz und alle auf der Sideshow gemacht hat, dass ich hier bin. So ich bin hier und ich bin hier, und es hat überrascht meine expectations. Es ist unglaublich. Ich meine, du kannst, die Bilder und die Videos nicht tun, wenn du hier bist. Ich meine, es ist großartig. Ich meine, die Bilder sind großartig, die Videos sind großartig. Aber es ist eine ganz andere Erfahrung, wenn du hier in person bist. Okay, danke, Scott Dillala. Chopper Town. Wo ist er? Das ist meine Mannschaft. Vielen Dank, Chef.